Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich wieder Zugriff auf dein Handy bekommst, wenn du dein Passwort oder dein Muster einfach vergessen hast. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich zeige euch das Ganze mal meinem Samsung Galaxy S5, doch diese Anleitung geht auch für alle anderen Android-Geräte normalerweise auch. Gleich mal noch vorweg, wenn du auf dein Handy wieder Zugriff haben möchtest, dann geht das nur, wenn du ein Hard Reset durchführst. Bedeutet einfach, das Handy wird wieder auf Werkseinstellungen gestellt und alle Daten, die auf diesem Handy drauf waren, werden automatisch gelöscht. Doch genug geredet, kommen wir mal zur Praxis. Du kannst sehen, mein Pin, ich habe ganz ehrlich gesagt keine Ahnung, weswegen ich jetzt den Hard Reset durchführe. Hierfür zuerst mal rechts oben den Powerknopf etwas drücken, dann das Handy ausschalten und dann geht es weiter. Das Handy ist aus und jetzt müssen wir mal drei Knöpfe gleichzeitig drücken. Hierfür den Powerknopf hier oben, hier unten den Homebutton und hier oben links die Lautertaste. Heißt, diese drei jetzt einfach mal gleichzeitig drücken und das Ganze so lange, bis das Samsung-Symbol kommt. Das haben wir hier jetzt auch schon. Und somit kommen wir auch schon in die Einstellung für den Hard Reset. Hier oben links bei der Lautstärkenregelung können wir jetzt einmal zwischen den verschiedenen Optionen hier hin und her springen. Wir gehen jetzt einmal vier nach unten auf Wipe Data Factory Reset. Dann das Ganze hier rechts mit dem Power-Button bestätigen. Hier nochmal einmal nach unten gehen und auf Yes. Es kann übrigens auch sein, dass bei einer älteren Vision dort stehen würde, Yes Delayed All User Data. Doch das ist bei mir jetzt nicht der Fall. Deswegen einfach auf Yes gehen und schon werden alle Daten, wie du hier unten sehen kannst, von deinem Handy gelöscht. Wenn das geschehen ist, kommst du hier wieder in das normale System rein und jetzt einfach auf Reboot System Now und dann wieder mit dem Power-Button hier auf der rechten Seite das Ganze einmal bestätigen. Ich gehe noch etwas mit meiner Kamera weg und jetzt kannst du sehen, das Handy startet wieder neu und nun musst du einfach die Grundeinstellungen noch einmal neu einstellen, wie zum Beispiel in welchem Land du lebst oder auch wie viel Uhr es bei dir daheim gerade ist. So, das Ganze hat jetzt bei mir in etwa 5 Minuten gedauert. Jetzt haben wir hier mal die ganzen Einstellungen, wie gerade eben auch schon gesagt. WLAN kann man einstellen. Hier mal überall auf Ja drücken, das ist gar kein Problem. Weiter, so schnell wie möglich alles überspringen. Ich möchte euch jetzt nur noch schnell zeigen, wie ich natürlich danach auch in mein Handy komme. Überall auf Weiter klicken. Und wie du sehen kannst, hier bin ich jetzt wieder in meinem Handy drin und das Ganze, obwohl ich mein Muster bzw. meinen Pin vergessen habe und somit keine Chance hatte. Leider sind jetzt natürlich meine ganzen Daten weg, jedoch kann ich das Handy wieder genauso benutzen, wie ich es auch möchte. Wenn du nach dem Hardview-Set jetzt trotzdem sagst, dass du dir einfach ein neues Handy mal wieder zulegen möchtest, egal ob jetzt von Samsung oder von irgendeiner anderen Firma, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in ein Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also ein neues Handy zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren und somit kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zu Hause jährlich bis zu 500 Euro einzusparen.